Hi! Hi! Hey! Ich wollte mal fragen, ob es schon irgendwas Neues wegen der Fingerabdrücke gibt. Nee, vor morgen haben wir da keine Ergebnisse. Aber das hätten wir Ihnen auch am Telefon sagen können. Die Kollegen fragen schon, wann es losgeht. Gleich! Ist Daniel auch noch da? Daniel? Ja. Nee, der holt seine Frau ab. Warum? Ach, ich wollte nur mal privat mit ihm quatschen. Ich habe ihm vor ein paar Wochen eine Mail geschickt, dass ich wieder herziehe. Ich dachte, er könnte mir beim Start ein bisschen helfen. Aber er hat halt nie drauf geantwortet. Lukas, bringst du es schon mal rein? Ich dachte, sie kennen sich gar nicht so gut. Ich bin so gespannt, was du zu meiner Deko sagst. Ja, ich komme gleich. Und ich gehe mal nach Hause. Da graut mir ein bisschen vor, aber ich kann ja auch nicht im Park schlafen. Ja, kommen Sie doch mit rein! Feiern Sie mit! Echt? Ja, klar! Ja! Ja? Cool, dann fang ich aber auch mit an! Danke! Oh, ja, kein Ding!